Musik GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland, 15. bis 17. Juli auf dem Sachsenring. Jetzt Tickets sichern! Das sind unsere Nachrichten am Gründonnerstag. Existenzängste, Bauern protestieren, Spendengelder, SPD-Gäste helfen und Schlechtwetter-Variente, Museen besuchen. Musik Glück auf, gut, dass Sie da sind. Wir sind mitten in der Karwoche. Das Osterfest steht bevor. Viele Menschen haben durch die Feiertage etwas Zeit. Zeit, sich vielleicht einmal mit den Entwicklungen in der Region zu beschäftigen. Das tun wir auch in dieser Sendung, die am Gründonnerstag beginnt. Weil das gerade passt und wir als Regionalprogramm nah an unseren Zuschauern sein können, können wir zu Beginn auch gleich mal mit einem Irrglauben aufräumen. Hier im Erzgebirge ist verbreitet, das Grün in Gründonnerstag sei auf das Wort Kreinen oder Krienen zurückzuführen. Dessen Bedeutung für Winseln oder Weinend den Mund verziehen an diesem Donnerstag, als Jesus Christus das letzte Abendmahl einnahm, halten Kirchenexperten für widersinnig. Denn schon seit dem 4. Jahrhundert ist das ein Freudentag. Exkommunizierte, bezeichnet als dürres Holz, wurden an diesem Tag, nach der Buße, wieder zur Kommunion zugelassen und damit zu grünem Holz. Mit grün wäre also eher die Farbe an sich gemeint. Außerdem gibt es den Brauch, nach den Fastenregeln an diesem Tag grünes Gemüse auf den Tisch zu bringen, um dadurch die Kraft des Frühlings und eine Heilwirkung für das gesamte Jahr aufzunehmen. Aber wie so vieles in der Kirche, auch daran wird noch geforscht. Nicht grün, sondern rot ist die Farbe der SPD. In Annerberg-Puchholz haben die Sozialdemokraten am Mittwoch eine Spende übergeben können. An wen und warum, weiß mein Kollege Mario Todzauer. Kurz vor Ostern bekam der Geschäftsführer des Kreissportbundes Erzgebirge, Daniel Schneider, von der SPD-Landtagsabgeordneten Simone Lang einen Scheck übergeben. Sowohl die Interessenvertretung der erzgebirgischen Sportler als auch die erzgebirgischen Sozialdemokraten sitzen neuerdings unter einem Dach. Vor kurzem haben die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Lang und Wolfgang Gunkel, der für die Sozialdemokraten im Bundestag sitzt, in der Kreisstadt ein gemeinsames Büro im Gründer- und Dienstleistungszentrum eröffnet. Neben den beiden Parlamentariern sind dort auch der Kreisverband und die Kreistagsfraktion der SPD zu finden. Wir haben im Zuge unserer Büroeröffnung überlegt, ob wir wirklich so viele Blumen brauchen und haben gesagt, uns wäre es lieber, wir würden für die Region hier was tun und haben überlegt, wo können wir das machen. Und Kinder- und Jugendsport ist eine ganz wichtige Sache und sollte auch befördert werden. Und haben uns überlegt, dass wir anstatt Blumen darum bitten, dort eine Spende zu bekommen, um die Schulsportfeste des Kreissportbundes zu fördern und hat ja auch geklappt. Simone Lang ist zufrieden mit der Resonanz auf die Spendenbitte. Also es war überwältigend. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele dort wirklich so viel spenden. Und ich finde 405 Euro ist eine stolze Summe und die kann sich sehen lassen. Und ich bedanke mich auch nochmal bei allen Spendern und die dort wohlwollend das Ganze unterstützt haben. Freuen tut das auch die Sportjugenderzgebirge. Was sich dahinter verbirgt, weiß Ronny Kienert. Also wir sprechen von der Interessenvertretung aller unserer Mitglieder in unseren Sportvereinen hier im Erzgebirgskreis, also alle Kinder und Jugendlichen, die sich hier im Erzgebirge sportlich engagieren. Und es sind über 20.000 mittlerweile. Die vertreten wir als Sportjugenderzgebirge nach außen. Die 405 Euro von der SPD sind für einen guten Zweck bestimmt. Wir wollen diese Spende konkret für die Vorschulsportfeste, die wir als Sportjugenderzgebirge hier durchführen, verwenden. Das ist also dieser sogenannte Kitty Cup mit vier Vorausscheiden in unseren Regionen und im Finale dann hier in Annaberg. Die neuen Nachbarn haben zum Einzug Geld mitgebracht. Wohl dem. Jetzt reichlich Meldungen aus der Region vom Donnerstag. Der Stadtrat in Thalheim hat einen Haushaltsplan verabschiedet, in dem eine Kreditaufnahme von 1,4 Millionen Euro steht. Wie die Freie Presse berichtet, will die Stadt mit dem Millionenkredit die eigene Investitionskraft ankurbeln. Diese ist für größere Bauvorhaben notwendig. Ob dies die Rechtsaufsicht im Landratsamt absegnet, ist aber noch offen und fraglich, konstatiert die Zeitung. So, für diejenigen, die das jetzt nicht so genau sehen, ich habe die Schere angelegt. Man sieht, sie ist sogar scharf, ich brauche es immer ein Schnippel machen. Achtung Fotografen, jetzt aufpassen. Und hiermit ist der Bürger- und Familienpark Ölnsnitz im Erzgebirge eröffnet. Dort, wo bis Oktober 2015 die Blütenträume Lebensräume zur sächsischen Landesgartenschau ausgestellt waren, können seit dem 23. März Spaziergänge oder Kurzkuren am Gradierwerk nun jederzeit genossen werden. Das 15 Hektar große Areal wurde in den letzten Monaten zum Naherholungsgebiet umgebaut, wird aber einen Teil des Flares von Sachsens Gartenfestival 2015 weiter behalten. 100.000 Euro lässt sich das die Stadt im Jahr kosten. Zwei Gärtner sorgen für eine ansprechende Gestaltung. Das will die Stadt stemmen. Natürlich ist das sozusagen auch zukünftig in den Haushalt der Stadt eingeplant. Aber es ist wie überall so, wir müssen natürlich mit den Geldern sparsam umgehen. Und man muss also bewusst schauen, wie viel Pflege ist wirklich notwendig, um einen guten Zustand des Parks zu halten. Und keiner darf aber erwarten, dass wir hier jedes Jahr Gartenschau machen können. Zwar ist von der Schau sehr viel stehen geblieben, aber nach Blütenträumen sah es zur Eröffnung noch nicht aus. Zwei Narzissen waren gerade mal aufgeblüht. Mit besserem Wetter werde sich das aber ändern, verspricht der Bürgermeister. Und so ist jetzt jeder eingeladen, den Park intensiv zu nutzen. Nach Ostern gibt es wieder eine Reihe neuer Straßensperrungen zu beachten. Uns wurden von den Verantwortlichen folgende Baustellen mit Beginn 29. März bzw. 30. März gemeldet. Bis voraussichtlich 1. April wird die B180 zwischen dem Ortsausgang Meinersdorf und Zufahrt zur Wiesenmühle in Thalheim wegen Arbeiten im Straßenrandbereich jeweils von 7.30 bis 16.00 Uhr vollgesperrt. Ab Mittwoch, dem 30. März, wird die B101 zwischen dem Abzweig S230 Drehbach und dem Abzweig S228 Scharfenstein vollgesperrt. Ab dem 29. März werden in der Ortslage Dürrntal auf der Freiberger Straße die Bauarbeiten nach der Winterpause fortgesetzt. In der Ortslage Arnsfeld erfolgt die Sicherung der Böschung an der Staatsstraße 218. Das betrifft den Bereich Hauptstraße 61 bis 80. In Annerberg-Buchholz soll bei entsprechender Witterung die grundhafte Rekonstruktion der großen Sommerleiter weitergehen. In Aue wird ab 29. März der Straßenbau am Plan wieder aufgenommen. Außerdem werden im Bereich Albaroderer Straße 83 bis 115 die Verlegerarbeiten eines Mittelspannungskabels vom Vorjahr fortgeführt. Stirbt der Bauer, stirbt das ganze Land war nur ein Slogan von vielen, die am Mittwoch auf dem Annerberger Markt zu lesen waren. Landwirte aus dem ganzen Erzgebirge waren gekommen, um gegen die unfaire Bezahlung ihrer Produkte zu protestieren. Die Bauern haben längst die Nase voll. Ihre Produkte verlieren im Preiskampf der Lebensmittelketten immer mehr an Wert. Speziell für Milch, Schweine und Getreide werden Preise erzielt, die unter den Herstellungskosten liegen. Die Landwirte der Region haben sich mit ihrem Protest einem bundesweiten Aktionstag angeschlossen, bei dem vor allem die Bürger aufgeklärt werden sollten. Anschließend fuhren die Traktoren durch die Annerberger Innenstadt. Das gleiche fand auch in Chemnitz statt. Schüler der Eliteschule des Wintersports Oberwiesenthal hatten jüngst den CDU-Bundestagsabgeordneten Günther Baumann zu Gast. Zunächst erläuterte der Politiker seine Aufgaben im Bundestag und erklärte sein Wirken im Wahlkreis. Danach wurden aktuelle Themen wie Terrorismus und Flüchtlingskrise besprochen. Die Jugendlichen hatten viele konkrete Nachfragen. Auch für andere Themen wie zum Beispiel die Sportförderung bestand großes Interesse. Günther Baumann sagte, es machte viel Freude mit derart engagierten Jugendlichen über die unterschiedlichsten Themen zu diskutieren. Die planen zur Zeit eine Reise nach Berlin und werden auch den Bundestag besuchen. Im Erzgebirge hat es wieder gebrannt. In Annaberg-Buchholz brannte es in einer über 140 Meter langen und ca. 25 Meter breiten Industriebrache in der Hans-Hesse-Straße. Die Feuerwehren der Stadt Annaberg-Buchholz und die Polizei waren im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde eine 20-minütige Vollsperrung der B101 vom Abzweig Kunersdorf bis zur Kreuzung Karlsbader Straße, Straße der Einheit notwendig. Auch die Bahnstrecke Annaberg-Kransaal musste für 20 Minuten wegen des Löscheinsatzes gesperrt werden. Das Feuer ist in einem Treppenhaus des Fabrikgebäudes ausgebrochen. Dort brannten die Holzdielung und eine Holztür. In Chemnitz haben Unbekannte eine Werbetafel an der Annaberg-Straße mit dem Schriftzug Refugees Welcome – Flüchtlinge Willkommen übermalt. Bisher prangte dort die Werbung der Presnitz-Talbahn. Eine Kontrolle ergab, dass die Segmente der Tafel nur unzureichend wieder installiert wurden und somit eine Gefahr für Fußgänger und Straßenverkehr darstellen. Deswegen werden die Schilder abmontiert. Nach einer Reinigung soll dann wieder die Werbung der Presnitz-Talbahn am Eisenbahnviadukt im Chemnitz-Tal zu sehen sein. Nichtsdestotrotz werden die Eisenbahner des Vereins Interessengemeinschaft Presnitz-Talbahn Ostern gleich drei Dampflokomotiven anheizen. Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag verkehren die Schmalspurbahnzüge 9 bis 18 Uhr stündlich zwischen Jöhstadt und Steinbach. Dabei werden die gemütlichen Wagen abwechselnd von den Dampflokomotiven 99 15 42 2, 99 15 90 1 sowie der Gastlock Aquarius C gezogen. Diese urige blaue Maschine wird dabei zum allerletzten Mal im Presnitz-Tal im Dienst sein. Für die jüngsten Fahrgäste wird der Osterhase einige Überraschungen verstecken. Wie im Alltag eines Kindergartens eine Freundschaft zwischen Kindern mit und ohne Behinderungen entstehen kann, zeigt die Geschichte des neuen Pixie-Buches des sächsischen Sozialministeriums. Sozialministerin Barbara Tlepsch schaute sich das Buch am Mittwoch gemeinsam mit Kindern der Kita Pöhlberg-Zwerge in Annaberg-Buchholz an und tauschte sich mit Kindern und Erziehern zum Thema Inklusion aus. Sozialministerin Tlepsch Wenn Kinder lernen, dass Kinder mit Behinderungen gemeinsam mit ihnen in derselben Gruppe spielen, lernen und Erfolge teilen, dann werden sie auch später sensibler für die Belange von Menschen mit Behinderungen und die Hindernisse sein, die ihnen noch zu oft die Teilhabe erschweren. Zum Abschluss ihrer Lesung überreichte die Staatsministerin an jedes Kind ein Buch. Als Dank sangen ihr die Kinder das Lied Stups der kleine Osterhase. Das Verbundnetz der Wärme hat in Annaberg-Buchholz sechs Botschafter der Wärme ernannt. Die Gäste der Veranstaltung wurden vom Oberbürgermeister der Gastgeberstadt Rolf Schmidt mit den Worten begrüßt, ohne all jene Menschen, die sich im Verbundnetz der Wärme engagieren, wäre es kälter in unserer Region. Die Geehrten kommen aus Hannover, Havelsee, Berlin, Leipzig, Schwerin und Magdeburg. Es sind Menschen, die sich durch besonderes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet haben. Der Titel ist mit je 5000 Euro dotiert. Zum Sport. Der Saisonabschluss für das Kinderskisprung-Team des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal fand in Augustusburg statt. Bei guten Bedingungen holten sich die Skispringer im Finale des Sachsenpokals fünf Podestplätze. Den Sieg in ihren Altersklassen beim Sprung über die Schneeschanze und anschließendem VSA-Lauf holten sich Maja Loh, Ronja Loh, Emilie Franke und Matti Ebel. In der Schüler 12 belegte Tristan Sommerfeld Silber. Pia Loh errang als einer der jüngsten Starter einen hervorragenden vierten Platz. Weitere Ergebnisse lesen Sie unter erztv.de. Für das Kinderskisprung-Team vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal war die Saison 2015-16 eine der erfolgreichsten der letzten Jahre. Alle Skisprung-Kids können sich nun über erholsame Osterferien freuen. Mit einem Sondertrikot, das Routinier Christian Tiffert vor einer Woche als erster präsentierte, tritt der FC Erzgebirge Aue am Sonntag 13.15 Uhr im Halbfinale des Wernes-Grüner-Sachsen-Pokals in Dresden gegen Dynamo an. Für den sächsischen Fußball ist das Aufeinandertreffen der beiden Tabellenführer der dritten Liga ein ganz besonderes Spiel. Es ist wirklich eine Neuigkeit, eine neue Qualität, dass ein sächsisches Derby den Weg ins Free-TV findet, in einem Sachsen-Pokal, in einem Halbfinale. Es ist einzigartig, Sport 1 wird das gesamte Spiel live übertragen. Und wir als Brauerei freuen uns, das Thema auch im TV-Hau mit begleiten zu können und haben dadurch, glaube ich, ein ganz interessantes, rundes Paket geschnürt, was dem Fußballliebhaber in Sachsen ein ganz besonderer Moment sein wird und wünschen schon mal dafür alles Gute. Das letzte Spiel beider Traditionsvereine endete im November in Aue vor 15.000 Zuschauern 1 zu 1. Im Pokal wird es am Ostersonntag auf jeden Fall einen Sieger geben, spätestens nach dem Elfmeterschießen. Gleich drei Osterbrunnen sehen wir heute in unserer Wochenserie. Bevor wir aber nach Brünnlos, Grünhain und Lugau schauen, wie gewohnt noch etwas zu den Osterbräuchen. Wie viele andere Bräuche geht auch das Osterwasser auf eine vorchristliche, uralte, heidnische Entstehung zurück. Es soll Augenleiden, Ausschlag und andere Krankheiten heilen, wenn man es aus der Quelle schöpfte. Man glaubte damals, dass man, wenn man sich am Ostermorgen im fließenden Bach wäscht, immer jung und schön bleibe. Um das Vieh vor Krankheiten zu schützen, wurde es am Ostermorgen in die Bäche getrieben. Das Wasser stand als Zeichen des Lebens und der Fruchtbarkeit und wurde zum Gedenken an die germanische Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin Ostera verehrt. Wegen der Fruchtbarkeit schöpfen die jungen Mädchen schweigend Wasser gegen den fließenden Strom. Das Schweigen darf nicht gebrochen werden, damit das Wasser seine Segens- und Heilskraft behält. Es darf auch kein Wassertropfen verloren gehen oder im Heim des Mädchens auslaufen. Das heilige Wasser soll nun ein ganzes Jahr vor Krankheiten, Unglücken oder ähnlichen Ereignissen bewahren. Und was lernen wir daraus? Wasser aus den Osterbrunnen zu schöpfen, macht eben keinen Sinn. Bad Schlema, Brünnlos, Gornsdorf, Grünhain, Lugau, Thalheim oder Zwönitz. Osterbrunnen werden mittlerweile vielerorts im Erzgebirge gestaltet. Schauen wir uns einige an. Es gibt viele Gründe, sich auf Ostern zu freuen. Für Kinder ist es der Osterhase, der Geschenke bringt. Erwachsene haben eher ein Auge für die erwachende Natur. Und es wird bunt. Zahlreiche Osterbrunnen wie dieser in Brünnlos tragen dazu bei. Der Zwönitzer Ortsteil hat in diesem Jahr sein viertes Osterbrunnenfest gefeiert. Im Vorfeld hatten die Hortzkinder und die Kids der Kita Sonnenblume viele Ostereier bunt bemalt und zum Schmücken bereitgestellt. Der Osterhase bedankte sich mit einer Überraschung aus seinem Körbchen. In der Klosterstadt Grünhain hat auch ein Brunnen ein österliches Kleid bekommen. Mitgewirkt haben die Frauen der Kreativgruppe und die Kinder aus der Grundschule. Wie andernorts auch, zum Beispiel in Thalheim, haben sich die Grünhainer die Idee zum Osterbrunnen aus Franken mitgebracht. Schnee lag, als zehn Tage vor dem Karfreitag der Lugauer Osterbrunnen 2016 eingeweiht wurde. Wegen des nasskalten Wetters fand die Feier dann auch im Rathaus statt. Kinder aus Kindereinrichtungen des Ortes gaben ein kleines Programm zum Besten. Kinder aus Kindereinrichtungen des Ortes gaben ein kleines Programm. Schmetter sich und sie geschwingt, hole die Sonne und den Wind. Gestaltet wurde der Lugauer Osterbrunnen auf dem Rathaus Vorplatz von Kindergarten und Hurtkindern sowie den Senioren der Volkssolidarität. Da uns die Meteorologen zu Ostern zumindest etwas besseres Wetter als in den vergangenen Tagen versprechen, lohnt sich doch der Besuch bei einigen dieser Osterbrunnen, die wir Ihnen heute und in den letzten Tagen gezeigt haben. Trotzdem, ganz so schön wie wir es gerne hätten, wird es wohl draußen nicht werden. Es ist halt ein zeitiges Ostern und das bedeutet, in den Museen könnte es voll werden, denn es gibt viel zu sehen. Was bieten Museen der Region über Ostern? Das Depot Purströer in Gehlenau empfiehlt seine diesjährige Osterschau. Die Kernsammlung Schmuck und Künstlereier wurde dafür neu arrangiert. In diesem Jahr bereichern österliche Volkskunst und Dekoration die Präsentation. Gezeigt werden weiterhin Exponate zum Sonderthema filigrane Stroharbeiten. Länderspezifische Ostereier und mit dem Osterfest verbundene Accessoires bilden in diesem Jahr die Grundlage der Osterschau im Heimatmuseum Knochenstampfe in Dorf Chemnitz. 1000 Ostereier, die mit den unterschiedlichsten Techniken bearbeitet wurden, haben Waldemar und Edith Breitkreuz aus dem thüringischen Gotha in Dorf Chemnitz wie immer liebevoll arrangiert und zu einer einzigartigen Schau zusammengestellt. Das August-Horsch-Museum in Zwickau ist über die gesamten Osterfeiertage, so auch am Montag, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die nächste Möglichkeit, eine Führung mit August-Horsch zu erleben, ist am 17. April, 14 Uhr. Im Perler Kastrum, ein Schloss voller Geschichte in Schwarzenberg, ist das Deutsche Spielemuseum mit einer Sonderausstellung zu Gast. Bei der Schau Spiele damals und heute kann die ganze Familie vom Enkel bis zu den Großeltern in die Welt der Spiele eintauchen. Der Akt in der Kunst kann im Lichtensteiner Dätz-Zentrum besichtigt werden. Während im vergangenen Jahr die Sonderausstellung Erotica International nur Personen über 18 Jahre besuchen durften, gibt es für die aktuelle Sonderausstellung keine Altersbeschränkung. Die aktuelle Sonderausstellung im Museum für Bergmännische Volkskunst Schneeberg macht mit Alfred Hoffmann-Steuberg bekannt. Der Erzgebirgsmaler wurde 1882 in Oberplanitz bei Zwickau geboren und besuchte ab 1898 für fünf Jahre das Lehrerseminar in Schneeberg. Danach studierte er an der Kunstgewerbeakademie in Dresden. Also wie wäre es zu Ostern mit einem Museumsbesuch? Veranstaltungen gibt es Ostern jede Menge. Ostermette, Ostermatinee oder Osterspaziergang und Osterlieder singen. Ich will jetzt nicht alle aufzählen und Ihnen stattdessen unser Internetangebot rztv.de empfehlen. Alternativ geht auch nach wie vor kabeljournal.de. Dort können Sie sich über Ostern viele Anregungen für einen Osterausflug bzw. zu Osterveranstaltungen holen. Wie gesagt, rztv.de oder kabeljournal.de. Von Montag bis Freitag sehen Sie ab 20 Uhr immer eine neue Ausgabe unseres Nachrichtenmagazins rztv kompakt. Und jeden Samstag startet eine neue Magazinausgabe. Diesmal ist Susann Schwenkfelder ihre Gastgeberin und hat unter anderem Max Neukirchner im spanischen Almeria, Kinder und Jugendliche beim Künsteln und auch Interessenten zu Weiterbildungsmöglichkeiten im Programm. Zwischen 7 und 0 Uhr immer zur vollen ungeraten Stunde. Und auch die Kirchenredaktion meldet sich über Ostern immer 12.30 Uhr und 20.30 Uhr bei Evangelisch in Sachsen. Alles auch nachzulesen unter rztv.de und dort informieren wir Sie auch in Wort und Bild über die Osterfeiertage. Ihnen jetzt ein schönes Osterfest. Gut, dass Sie auch diesmal dabei waren. Glück auf! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020